Grün-Grüner 2017, die Trendfarbe im neuen Jahr ist grün und zwar in allen Facetten und Formen und hier darf es ruhig etwas mehr sein. Ob Ton in Ton, eine Mischung aus verschiedenen Farbtönen oder einfach nur Accessoires. Mit dieser Farbe sagt man den fristen Wintergrau definitiv den Kampf an. Wer es dezenter mag, setzt auf dunkel oder olivgrün. Die Trennteile gibt's bei Zara, Bijou Brigitte und Benetton ab 20 Euro. Dezente Unterwäsche war gestern, jetzt darf gezeigt werden, was man hat. Mit auffälligen Spitzenapplikationen und Riemchen wird der BH zum Modeaccessoire. Beim Rest gilt aber, weniger ist mehr. Am besten lassen sich die BHs mit schlichten Tops und Cardigans kombinieren. Ganz neu, der Wende-BH. Hier ist vorne gleich hinten. Denn je nach Top oder Jacke, Cabernet tragen wie man will. Erhältlich bei Hunke Möller H&M und IQ ab 25 Euro. Wie kommt der auffällige BH-Trend auf der Straße an? Wenn sie's schön findet, kann sie's ja anziehen. Ich würd's halt selbst nicht tragen. Ich find's jetzt nicht hässlich, ich würd mir auch nicht denken, Gott, was hat die an? Aber ich würd's jetzt selbst nicht tragen. Hinguck auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also ich find's super schön. Ich persönlich, glaub, würde das aber nicht anziehen. Aber dennoch find ich dir stets total. Nach zerrissenen Jeans müssen jetzt auch die Leggings dran glauben, denn auch hier ist der Cutout-Look total angesagt. Egal ob schlichte Löcher an den Knien oder aufwendige Muster, im Netz sind die löchrigen Leggings schon voll im Trend. Das Gute, man kann sich die Trendteile einfach selbst machen. Egal ob Leder- oder Warmball-Leggings, ein paar Schnitte an Knien und Oberschenkeln, fertig sind die Trendhosen. Back to the 90s. Gameboy-Fotokamera und Musikkassette erleben jetzt ihr Comeback. Und zwar in Form von coolen Retro-Taschen. Ob lässig über die Schulter oder abends als Klatsch, diese Taschen werten jedes Outfit auf und sind der Hingucker schlechthin. Erhältlich online ab 35 Euro. Damit die guten Vorsätze fürs neue Jahr nicht gleich in Vergessenheit geraten, gibt es diese Steck- und Leuchttafeln. Mit ihnen werden Botschaften, Erinnerungen und kleine Notizen zu Hause zum echten Blickfang. Zu kaufen bei Amazon und Saturn ab 21 Euro.